das ist mein Interviewe, Thomas. Oh, oh. Oh, Mann, das ist so meine Lieblingsstelle. Dreh das andersrum. Aber du hast eben gesagt, du willst schlafen. Du hast einen Markt hier, du willst schlafen. Mama! Wer ist denn Harald schmutz? Wie kann es mir mal aufgehen? Ich weiß nicht. Ich hab's geträumt, das Pferd hat Harald nicht mitgegeben. Guck mal, du hast ja auch noch besser als Schmutz. Ja, guck mal, ich war ein Sohn. Bauern noch. Einmal. Ich weiß nicht, ich hab auch so Dinger gehofft. Oh, hoi, ist diese runden Dinger. Ja, ich weiß nicht. Oh, Karl, der hat sich ausgelacht. Ich sag, du, Probleme alle. Natürlich vollgebobbeltes Pferd. Ich weiß nicht, wie heißt du, du Penner. Ich hab ja gesagt, Harald Schmidt. Guck mal, mega weh. Harald Schmidt. Halt deine Fresse ein. Oh, man, du Popelbrau, was? Oh, man, du Popelbrau, was? Oh, man. Oh, man. Kennst du Harald Schmidt? Der ist nicht. Nein. Nein. Hat er mir auch ein Pferd moderiert oder so? Nein, die Tanne hat doch vom Pferd getrunken. Sie ist Harald Schmidt. YouTubers... Wen du sp interessieren? Nur mal. Was das zu den? Ich bin ne B12! Gelb. Aber will ich so Sachen drin? Tötig. Was ist der? Was kommt? Glühle great! Getrug local, Phil! Lupe and Ruth Headers und schluss diese Remix da das ist nicht die Anmer wo der dann schluss kann das ist einfach auch gut Bonus Remix Bonus Remix Bonus Remix der kann ich schluss und die fern die Ich hab das auch genommen. Warum? Wir wollen schlafen gehen. 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 Wir wollen schlafen gehen.